Hallo, ich bin Edda Charlotte Logisch, deine persönliche Trainerin. Warum bin ich hier? Kurz und knapp? Ca. 200 Teilnehmer trainieren jede Woche in meinen Rücken- und Reha-Kursen. Schon wenige Wochen am Start gibt es eine Verbesserung der Beschwerden. Das heißt, die Schmerzen lassen nach, die Beweglichkeit wird besser und Begeisterung und Staunen, weil die wenigsten damit gerechnet haben, dass es so schnell geht, dass es überhaupt eine Lösung gibt. Besonders bei den 30-, 40-, 50-Jährigen erfolgt eine gute Umsetzung der Übungen, dadurch, dass die Körperwahrnehmung sehr gut ist und die Beschwerden auch noch nicht so lange andauern, sich noch nicht so verfestigt haben und vor allen Dingen möchte diese Zielgruppe natürlich schnell zurück ins Arbeitsleben. Ich komme jetzt zu euch an den Arbeitsplatz. Vor Ort kann ich sehen, welche täglichen Routinen im Arbeitsablauf führen zu den muskulären Verspannungen. Und kann euch die passenden Übungen empfehlen, die ihr vor Ort mit den Gegebenheiten umsetzen könnt. Das heißt, manche Übungen lassen sich direkt in den Arbeitsablauf integrieren. Manche Übungen werden extra getornet. Da gibt es wöchentlich eine neue Challenge. Und dann wissen wir, warum Mitarbeiter XY gerade in die tiefe Hocke geht. Er trainiert. Alle wissen Bescheid. Bei extra Beschwerden gibt es auch extra Übungen. Das heißt, wir können fast jedes Problem wegtornen. Unglaublich. Ich komme direkt zu euch. Dadurch entfällt für euch die Anfahrt, Zeit und Aufwand, Ersparnis. Die Frage ist, klingt das für euch interessant? Möchtet ihr das für euch umsetzen? Dann freue ich mich, von euch zu hören. Eure Edda Charlotte. Logisch.